Ja, halli hallo! Wir versuchen heute mal Niantic zu überlisten. Und zwar hier mit einem Remote Battle Pass, obwohl ich ultra remote bin. Ich bin nämlich echt vier Kilometer oder noch mehr von dieser Arena hier entfernt. Diese Arena ist in Chemnath und ich wohne halt eben etwas weiter weg. Und ja, obwohl es eigentlich nur für Leute sein sollte, die die Arena sehen können, direkt auf der Map von Pokémon GO, kann ich jetzt aber anscheinend auch mitmachen. Keine Angst, ich werde nicht den ganzen Raid zeigen. Okay, scheint ja zu funktionieren. Es sind noch alle fünf drin, sieht man oben unter der Zeit. Ich sollte vielleicht mal eine Ladeattacke einsetzen. Boah, eine geht noch raus. Komm, komm, komm. Ja. Und noch eine. Und man, ich vergesse immer, auf dem Ladeattacken-Button zu drücken. Boah, ja, dachte ich mir schon, der wird mich jetzt zerlegen. Der geht aber schon gut drunter, ja. Boah, sechs Sonderbombs, das lasse ich mal eingehen. Ganz toll ist jetzt natürlich, ich habe noch keine... Oh nein, was ist jetzt los? Hallo? Hallihallo? Ich würde gerne das Pokémon fangen. Ah, Mann, 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 Mann. Ich mache mal lauter. Ich denke, man hört seine Attacke. Aber das Problem ist, das Spiel hat mich jetzt hier in diese Übersicht geschmissen. Puh. Naja, was soll ich machen? Ich gehe jetzt einfach mal aufs X. Puh. Uiuiuiui. Oh, oh, oh. Oh, ach, dich jetzt Angst. Okay, mache ich wieder leiser. So. Ah, da ich den noch nicht habe, probiere ich es mal erst mit Silber und dann vielleicht, wenn es nicht klappt, mit Goldener. Oh nein, der geht ja auch auf die Seiten. Junge. Attackiere mich. In der Mitte. Oh. also doppelattacke gehen die mitte und attackiere mich okay bisschen kleiner noch den kreis stellen und ja ich gehe sofort auf die goldene nur zwölf wiffel mehr klingt jetzt vielleicht ein bisschen oder noch genügend aber ist halt immer noch nicht exzellent oder einfach fabelhaft zwölf bälle bei einem legendären kann halt auch schon zu wenig sein weiß nicht ob der schon klein genug ist wahrscheinlich wieder großartig wenn ich überhaupt treffe jetzt bleibt da in der mitte greifen ja und ja 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 ist es schön da hat man die beiden anderen vom trio auch gesehen ja cool soviel zum thema neue entwickler listen coole sache ciao ja 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 ja